Die Quelle des Genusses Bannecke Feinkostflüssig Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de Mein Name ist Fabian Faber und heute machen wir einen absoluten Cocktail-Klassiker Brandy Alexander Brandy Alexander, wie der Name schon sagt, Brandy ist der Hauptbestandteil Klassisch Cognac, wir nehmen heute Brandy de Jerez und der weitere Bestandteil ist Creme de Kakao und Sahne. Der Drink wird geshakt, man braucht 4cl Brandy, 3cl Creme de Kakao, und zu gleichen Teilen Sahne. Dann schön viel Eis und shaken. Klassisch wird der Drink in einer Cocktail-Schale serviert. Hier empfiehlt sich auch den Drink fein zu strainen, um auch kein Eis zuzulassen. und am Ende noch mit einer Muskatnuss abreiben. Brandy Alexander, ein absoluter Klassiker mit einer außergewöhnlichen Geschmacksnote. Tschüss! Klassisch 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 Untertitelung des ZDF, 2020